Heute soll es um das High Speed Selling Programm von Dirk Kreuter gehen. Wir schauen uns das Ganze an, was dich hier erwartet. Das High Speed Selling Programm ist speziell für Verkäufer und Vertriebler, ganz egal ob du Offline verkaufst oder ob du Online verkaufst, ausgelegt, wie du nach dem Pareto Prinzip die richtigen Schritte einleitest, um mehr Verkäufe, um mehr Umsatz zu erzielen. Wie fährst du richtig nach? Wie machst du richtiges Upselling, Cross Selling? Wie machst du Angebote richtig? Wie baut Dirk selbst seinen Telefonvertrieb aus? Solltest du einen Außendienst haben? Wie verhältst du dich im Außendienst? Und so weiter. All diese Sachen zeigt dir Dirk in der High Speed Selling Formel. Wir schauen uns die in diesem Video direkt an. Du kannst dir die High Speed Selling Formel über den Link unterhalb des Videos sichern. Bonuskiste.com.hss So wie du es hier siehst, für High Speed Selling ist direkt der erste Link in der Videobeschreibung und du bekommst zusätzlich von mir in der Bonuskiste, wenn du dir den High Speed Selling Kurs von Dirk Kreuter über den Link unterhalb des Videos sicherst, meinen Videokurs, den Traffic Booster, im Wert von 197 Euro kostenlos in der Bonuskiste dazu. Da zeige ich dir, wie du mit möglichst wenig Werbeeinsatz extrem viele Leute in deiner Branche erreichen kannst mit bezahlter Facebook und Google Werbung. Wie ich das Ganze aufsetze, das zeige ich dir hier im Traffic Booster. Zusätzlich bekommst du meine Automatisierungsstrategien im Wert von 497 Euro, wo ich darauf eingehe, wie du bestimmte Prozesse in deinem Unternehmen, bestimmte Verkaufsprozesse, Prozesse, die du wiederkehrend durchführen musst, wenn du beispielsweise bezahlte Werbung schaltest, komplett automatisieren kannst und dir somit extrem viel Zeit oder vielleicht sogar einen Mitarbeiter sparst, zeige ich dir in den Automatisierungsstrategien, wie ich das Ganze nutze und welche Strategien und Software Tools ich dafür anwende. Kostet normalerweise 497 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste zum Highspeed-Selling-System von Dirk Kreuter kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach das System über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com.hss So und hier geht es auch schon los. Hier befinden wir uns im Mitgliederbereich vom Highspeed-Selling-System und hier siehst du bereits, was dich hier erwartet. Du hast hier in insgesamt zwölf Modulen alles, was dir Dirk Kreuter zu diesem Thema mitgeben kann, wie er seinen Vertrieb aufbaut und ja, kannst da von seinem Wissen profitieren. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal das erste Video an. Wir schauen uns das Willkommens-Video an. Let's go! Willkommen zu Highspeed-Selling und ich bin Dirk Kreuter. Ja, manchmal ist das so im Leben, du brauchst ganz schnell vertriebliche Erfolge, du brauchst ganz schnell Umsatz, ganz schnell Geld. Keine Ahnung, du bist vielleicht Verkäufer und dein Chef hängt dir im Nacken und sagt, ey, wir brauchen ganz dringend von dir mehr Umsatz. Warum auch immer. Oder du bist Führungskraft und dein Chef kommt und sagt, ey, wir brauchen mehr Umsatz. Warum auch immer. Oder du bist selbstständiger Unternehmer, was auch immer. Du willst mehr Umsatz machen. Und zwar nicht nur 10%, 20%. Du willst deinen Umsatz verdoppeln. Das ist der Anspruch. Ich weiß, das ist bei einem Start-up sehr einfach, den Umsatz zu verdoppeln. Das geht sehr schnell. Das ist bei einem etablierten Unternehmen deutlich schwieriger. Aber es gibt ein paar Prinzipien. Ein paar Prinzipien, die funktionieren, egal bei wem. Es gibt sogenannte Hebel. Also wenn du eine verschlossene Tür hast oder einen verschlossenen Schrank und du willst den aufbekommen, hast aber keinen Schlüssel, ja, dann kannst du dagegen treten, dich dagegen schmeißen, was auch immer. Aber es funktioniert oft nicht. Und dann holst du dir ein Brecheisen. Ein Brecheisen, was vielleicht 1,20 Meter lang ist. Und jetzt bekommst du mit wenig Kraft diese verschlossene Tür auf einmal aufgehebelt. Es geht. Das Brecheisen ist der Hebel. Oder ich sehe das manchmal im Fitnessstudio. Da gibt es dann die Frau im besten Alter, die 10, 20 Kilo zu viel drauf hat und sie möchte abnehmen und hat dann Kurzhandeln in der Hand und möchte dann Bizeps Curls machen. Ist ja auch super. Aber das wird ja nichts mit dem Abnehmen, mit Bizeps Curls. Sie müsste die schweren Grundübungen machen. Sie müsste Kniebeugen machen. Sie müsste Bankdrücken machen. Solche Sachen, damit sie die großen Muskelgruppen beansprucht und dann möglicherweise Kalorien verbraucht und abnimmt und ihrem Körper eine neue Form gibt. Also du musst schauen, welche Übungen sind es, welche Muskelgruppen musst du trainieren, um dann nachher die Ergebnisse zu haben, die du haben willst. Und das Gleiche gibt es im Vertrieb. Es gibt natürlich viele Sachen, die du machen kannst, die aber nicht sofort Ergebnisse liefern. Und ich spreche davon, dass du schnelle Resultate hast, dass du ganz schnell Ergebnisse hast. Darum geht es hier. Vielleicht kennst du Wilfredo Pareto oder zumindest das Prinzip von ihm, das Pareto-Prinzip. Er hat im 18. Jahrhundert festgestellt, dass 20 Prozent der italienischen Bevölkerung im Besitz sind von 80 Prozent des Kapitals. Also 80 Prozent des Geldes liegen in der Hand von wenigen Familien oder in den Händen von wenigen Familien. Und dieses Pareto-Prinzip gibt es heute noch und du kannst es überall beobachten. An deinem Kleiderschrank. 20 Prozent der Dinge, die da drin sind, trägst du regelmäßig bis immer. 80 Prozent hast du noch nie angehabt oder trägst du ganz selten. Das ist im Vertrieb zu beobachten. 20 Prozent deiner Kunden machen in der Regel 80 Prozent der Umsätze. Ja, das kann auch mal 70 Prozent sein. Das kann aber auch mal 90 Prozent sein. Es geht um die Richtung. Also, Vertriebler, du hast zehn Verkäufer, 80 Prozent der Umsätze machen zwei Verkäufer oder vielleicht drei Verkäufer. Das Pareto-Prinzip. Genauso ist es mit der Vorgehensweise im Vertrieb. 20 Prozent, die richtigen 20 Prozent, die, die hebeln können, die 20 Prozent sorgen dafür, dass du 80 Prozent mehr Umsatz machst oder 100 Prozent mehr Umsatz machst oder manchmal nur 60 Prozent mehr Umsatz machst. Aber wenn du in einem etablierten Unternehmen bist und du machst 60 Prozent mehr Umsatz in kurzer Zeit, wird das trotzdem ein tolles Ergebnis sein. So, um dieses Thema geht es in diesem Online-Kurs. Und im Laufe des Kurses wirst du sieben Hebel kennenlernen. Sieben Ideen, Varianten, Methoden, Techniken, wie du deinen Umsatz im Idealfall verdoppelst. Im Idealfall greifen die ineinander. Es ist immer eine Kombination. Es ist nicht nur das eine Ding. Also, wir gehen gleich eine Einleitung dazu über und schauen, was genau meine ich. Also, bis dahin. Bis gleich. Ja, das hat der Dirk bereits super erklärt. Da muss ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Natürlich kann ich dir hier jetzt nicht alles zeigen. Ich möchte dir hier aber einen kleinen Überblick über die Videos geben, die dich hier im High-Speed-Selling-System erwarten. Und zwar bekommst du hier nochmal die genaue Anleitung und dann geht es direkt mit der Praxis los. Anfragen und Angebote in Umsatz verwandeln. Wie machst du richtige Zusatzverkäufe? Telesales versus Außendienst. Bist du produktiv oder beschäftigt? S mal S ist gleich E. Und da verrate ich einfach mal nichts dazu. Hier hat Dirk eine Formel, die er in seinem Unternehmen anwendet. Was es hiermit auf sich hat, lernst du in diesem Video. Wenn du kein Ziel hast, ist es auch egal, welchen Weg du nimmst. Aktives Empfehlungsmarketing mit Struktur und das Schlusswort und die Umsetzungsempfehlungen. All das hast du hier im High-Speed-Selling-Kurs drinnen. Zusätzlich bekommst du noch zwei Bonus dazu. Von Dirk musst du mitbringen und die Mitreise-Woche, was es damit auf sich hat, lernst du in den Bonus-Modulen. Das heißt, du hast hier einen Kurs, um den Umsatz dauerhaft und nachhaltig zu steigern. Auch ein Versprechen von Dirk ist, direkt am selben Tag, sobald man den Kurs durchgemacht hat, den Umsatz seines Vertriebes, seiner Verkäufe direkt steigern zu können. Wenn man diese Sachen von Dirk anwendet, er ist meiner Meinung nach einer der besten Verkäufer und Vertriebler im deutschsprachigen Raum. Wenn du seine Strategien anwendest, wirst du zwangsweise dieselben Ergebnisse wie sein Vertrieb erzielen können. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir das High-Speed-Selling-Produkt von Dirk Kreuter über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.hss so wie du es hier siehst und bekommst zusätzlich von mir in der Bonus-Kiste meinen Videokurs, den Traffic-Booster im Wert von 197 Euro kostenlos dazu, wo ich dir zeige, wie du mit bestimmten Strategien Facebook und Google Werbung schalten kannst, ganz egal welches Produkt du verkaufst. Ob das digitale Produkte sind, rein online oder physische Produkte, ob du Entscheider in bestimmten Unternehmen erreichen möchtest. Ich zeige dir, wie du diese richtig targetierst und wie du diese zu einem geringen Werbebudget dauerhaft ansprechen kannst, so dass diese sich beispielsweise bei dir einen Rückruf oder ähnliches ausmachen. Kostet normalerweise 197 Euro dieser Kurs, schenke ich dir in der Bonus-Kiste kostenlos dazu. Zusätzlich bekommst du meine Automatisierungsstrategien, hier ist der Name Programm, da zeige ich dir, wie du mit bestimmten Tools und mit bestimmten Strategien wiederkehrende Prozesse in deinem Unternehmen, wenn du Vertriebler bist, wenn du Verkäufer bist oder ein Vertriebsteam hast und führst, wie du wiederkehrende Prozesse, die normalerweise viel Aufwand benötigen, komplett automatisieren kannst und dir somit extrem viel Zeit und auch Geld sparst. Kostet normalerweise 497 Euro, bekommst du zum High-Speed-Selling-System von Dirk Kreuter kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach das High-Speed-Selling-System über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com.hss so wie du es hier siehst und schreib mir danach eine E-Mail an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonus-Kurse freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel vertrieblichen Erfolg. Ciao.